Das Kulturforum Schleswig-Holstein-Haus in Schwerin feierte am 25. August 2020 seinen 25. Geburtstag. Zum Jubiläum gratulierte auch Oberbürgermeister Riko Badenschir. Die Leiterin des Hauses, Antje Tschunke, richtete ebenfalls ein paar Worte an die Besucher. Für musikalische Unterhaltung sorgte auf der Bühne die Schweriner Band Mary Jane and the Baltic Street Jazz Orchestra. Ergänzt wurde das Geburtstagsprogramm durch weitere kulturelle Angebote, wie zum Beispiel eine Malaktion.